Start geglückt. Wir achten auf die Bahn 4. Das ist das schnelle Schweizer Team mit Alex Wilson als Startläufer. Er wird übergeben an Marc Schneeberger. Der Werner jetzt unterwegs. Auf der Gegenübrigen gerade, ganz in Rot, Marc Schneeberger. Er wird übergeben an Rolf Malcom Fonga, ebenfalls ein Werner. Der geht jetzt in die Kurve und die Schweizer mit einem knappen Wächter ganz oben. Und Fonga geht da los. Ganz vorne die Italiener und dann geht weiter mit dem Fussläufer auf Band 4 für die Schweiz. Bayern wird gefordert gegen die Finnen. Bayern mit einem Sagen auf den Endspurt. Unterpackt das. Wurscht.